Willkommen zu einer neuen Folge des Mundarttreffs im Heimatverein Schafhausen. Wenn wir an den Orden kommen, haben wir sicher viel erlebt, keine Mann und was davon erzählen. Wenn wir an den Orden kommen, haben wir sichergestellt, dass wir in der Nacht die Sonne geschehen. Ach, ist das schön in Wintertid, ich glücklich kenne Sie. Ich glücklich kenne Sie. Ich glücklich kenne Sie. Wir sind glücklich, dass wir in der Nacht die Sonne geschehen.